Sie ist eine von diesen Musiker, Batterischer und Donner. Valeria Zanke. Sie ist in verschiedenen Formen, in denen sie in der Tjaula die gleiche Situation ist. Im 90. Jahrhundert war ich in der unigen Donner. Adeline Prischum, ich arbeite beide meinen Job. Also, nur die haben mehr Probleme, kommt präzise die Frage, ob sie eine Unige tun oder nicht. Talent haben ja genauso Buben wie Mädchen. Und es gehen genauso viele Buben wie Mädchen an die Musikschule und lernen da ein Instrument. Und wenn dann nur so wenige Musikerinnen berühmt werden, Popstar werden, wirklich auf die Bühne gehen mit ihrem Instrument. Wir verpassen einfach total viel gute Musik, wenn wir nur den Männern zuhören. Musik ERA DELLAS, ZADESI-Center. Das ist das Böde der Union Helvetia-Rogt, der sich die Jugendliche und Workshops der Musik ermöglicht. Aha, willst du zweimal spielen? Musik Die Frauen haben ja genau das eine gute Skola, die in der Schule da waren. Die Frauen haben ja auch eine kleine Diskussion. Die Frauen haben ja auch eine große Diskussion. Und in der HLVC-E-Rogt sind die gute Dynamik, die sie da sind, dass sie durch die Unterstützung und die Dunne an der Omega B. Es ist ein langer Weg. Sie sind 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 ein Motiv für die Manche der Zonen in der Szene. Dann sind sie Idol. Ich habe die Matinchen. Sie sind eine Uhr mit der Batterie. Sie sind schon ein bisschen schief. Sie sind eine sehr hohe. Sie sind eine Batterie. Aber es ist cool. Ich bin in Plicesche. Ich habe schon ein Saison, dass sie kein Instrument für die Matinchen. Ich kann es überhaupt nicht werden. Also, pfff! Meine Schatten voll. Vorbilder wie Valeria sind wichtig, damit wir einfach merken, dass es total normal ist, dass eine Frau Schlagzeug spielt. Ich bin hier wie er schon. In der Schule sind die meint, dass sie sich fragt, sie ist eine Musikerin. Was spielst du für ein Instrument? Sie sind Schlagzeug. Das ist eine Sekundenpensie mit Stein. Und er sagte, mh, das ist ein wenig. Aber bei allem ist es lustig. Bei allem ist es echt cool. Oh, ich bin da. Ich bin müde, aber nicht. Valeria ist eine in Taun, der im Bands B und Donas ist. Aber sie müssen nicht mehr Zeit machen. Schauen wir zum Beispiel Dirigenten an. Das war für ganz viele Jahre ein Männerberuf. Früher wurden Frauen ausgelacht, als sie dirigieren wollten. Als sie sich vor ein Orchester gestellt haben und mit dem Dirigierstab um das zu leiten. Das ist heute zum Glück anders. Aber es dauert natürlich, bis wir das alle verstanden haben, dass Frauen genauso auch Dirigentinnen sein können. Und so ist es auch mit anderen Berufen in der Musikwelt und auch mit anderen Instrumenten. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten, dass wir nicht die Mädchen und Frauen, die supergute Musik machen, überhören und übersehen. Sie wissen, dass sie eine Batterie, sie wissen, dass sie einen Bass haben. Und ich habe ein Instrument, sie haben einen Stempel, quasi ein Instrument per Matz, sehr einfach. Damit sie zu neuen Vorbildern werden. Und wenn wir dann viele neue Vorbilder haben, dann müssen wir uns irgendwann nicht mehr fragen, warum es zum Beispiel so wenig Schlagzeugerinnen gibt. Okay. Vielen Dank.